Wir sind aktuell gerade für vier Wochen in Indonesien, Bali. Wir waren in der ersten Woche in einem Surfcamp in Canggu. Wir haben dort die GoPro leider nicht mitgenommen, weil die Bretter keinen GoPro Mount hatten. Und haben aus diesem Grund relativ wenig Aufnahmen von der ersten Woche. In der zweiten Woche waren wir in Ubud und konnten dort relativ viele Aufnahmen machen. Darum dachte ich, dass ich zwei oder drei Parts unterteile. Was wir hier so erlebt haben, seht ihr jetzt. So machen wir die Sicherheit. Es war lang, los zu vіти. Sie sind alle Websites, die sich vor allen Dingen aufpassen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 ZDF für funk, 2017